Mein letzter Gast ist ein starker Typ, politisch engagiert, er ist Muslim und auch im Migrationsbeirat integriert. Er ist mittlerweile in München zu Hause, denn er kam hier an, was für ein schlechter Reim auf den großartigen Erkan-Ina an. Verzeih mir, es war ganz schwer auf deinen Namen einen besseren Reim zu finden. Kein Problem. Aber ich habe das ernst gemeint, ich finde dich tatsächlich großartig, ich habe dich schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Du bist, wie gesagt, Muslim und ich kann mir vorstellen, gerade als Engagierter, sein Glauben leben dann Muslim, gab es in Deutschland schon leichtere Zeiten, oder? Auf alle Fälle, ich glaube auch, dass das Jahr 2017 nicht unbedingt ein leichtes Jahr für die Muslime sein wird. Abgesehen jetzt von Donald Trump etc., wie man zu dem stehen mag, aber auch in Deutschland wird es keine leichte Zeit sein. Davon bin ich überzeugt. Merkst du, ja? Ja, ich merke es. Also zum Beispiel, ich kann euch nur eine kurze Anekdote erzählen. Ich meine, man denkt ja immer nur, als Erwachsener wird man damit konfrontiert. Ich bin Vater von drei Kindern. Und kurz vor November, meine Frau holt meinen Sohn ab und dann erzählt sie natürlich, wie viele gläubige Menschen, ja, Allah liebt aufrechtige Menschen, die ehrlich sind, die die Wahrheit sagen, die fleißig sind. Also alles, was man uns wahrscheinlich als Kinder auch so mitgegeben hat. Und dann hat sie gemerkt, wie mein Sohn etwas ängstlich wurde, um sich geguckt hat und er ist elf Jahre, geht ins Gymnasium. Und dann sagte die Mutter, ja, wenn es dir unangenehm ist oder wenn du keine Lust hast, dann lassen wir es. Dann hat er gesagt, nein, es ist mir nicht unangenehm. Es geht nur darum, ich habe Angst, Mama. Ich habe Angst um dich. Bitte benutze ein anderes Wort für Allah. Also hat er ein anderes, ein Attribut dafür genannt. Das hat sie natürlich sehr traurig gestimmt und mich noch trauriger, weil ich bin hier geboren, meine Eltern sind als Gastarbeiter gekommen, meine Kinder sind hier geboren, also drei Kinder. Und ich hatte eigentlich was anderes im Kopf mit elf. Ja, da gehst du Fußball spielen, da fängst du langsam an, erwachsen zu werden, da hast du ganz andere Dinge im Kopf und nicht, ob jetzt politisch irgendwas gegen dich weht. Also das hat mich sehr traurig gestimmt. Also insofern habe ich es eher aus meiner Familie jetzt etwas mitbekommen. Aber Gott sei Dank, toi, 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 wir haben sonst keine negativen Erfahrungen, da bin ich ganz froh darüber. Ja, ich auch, auch wenn die Geschichte echt herzerreißend ist, finde ich. Das heißt, dir passiert das auch nicht so arg? Ich kann mir vorstellen, ich glaube, wenn man Muslima ist und auch tatsächlich Hijab trägt, dann wird man ja wahrscheinlich aus der Öffentlichkeit eher auch als Muslima wahrgenommen. Hast du irgendwie, weiß nicht, aufgrund deines Äußeren oder so auch schon mal das Erfahrung? Ich bin jetzt nicht mit einem großen Bartwuchs gesegnet. Ja, also dass ich jetzt einen Bart wachsen lassen würde, können in Anführungszeichen, damit ich irgendwie auffahle etc. Nein, aber meine Frau trägt ein Kopftuch. Und ich merke es, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Und das ist dann für mich doch immer sehr schockierend, weil ich einfach mich dann immer frage, ja, habe ich jetzt irgendwie das Hosentür auf oder was ist Sache, warum gucken die mich jetzt eigentlich so komisch hoch? Also, das ist mir so oft passiert, dass man uns dann ganz komisch anschaut, sich sogar umdreht. Und dabei ist jetzt meine Frau jetzt, also hat ein einfaches Kopftuch. Sie ist nicht voll verschleiert etc. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie sogar gesagt, du Erkan, also damit wir uns gleich verstehen, ich nehme das Kopftuch für niemanden ab, auch nicht für dich. Weil ich komme ja aus einer säkularen Familie, also meine Mutter trägt eher so eine Jeanshose und ist eine Macherfrau, sage ich jetzt mal, und sehr selbstbewusst und hat ja auch immer nur mit sehr selbstbewussten Frauen zu tun und habe jetzt auch eine sehr selbstbewusste Ehefrau, die von Anfang an gesagt hat, hallo, das ist mein Kopftuch, das ist meine Entscheidung und das trage ich auch so. Und damals, also ich sage jetzt mal, wir sind 15 Jahre verheiratet, damals war das nicht so krass. Also man merkt diese Steigerung sehr, sehr deutlich. Merkt man ja auch auf die Angriffe auf die Asylunterkünfte. Ja, oder jetzt in letzter Zeit auch auf die Moscheen. Oder auch auf die Moscheen, wie vielfach es sich jetzt gesteigert hat. Ist schon sehr erschreckend. Zum Teil 50-fach, ja, die Angriffe auf Unterkünfte. Ja, umso wichtiger dann zu vermitteln, was du ganz viel machst, du bist im MFI, im Münchner Forum für Islam, ganz engagiert. Leitest da viel, bietest viele Veranstaltungen an. Und was mein Eindruck ist, das liegt dir immer ganz viel daran, darüber kennen wir uns auch tatsächlich, immer Leute anderen Glaubens auch dazu zu holen. Und zwar, ich glaube, nicht in erster Linie, um sie zu missionieren, sondern wirklich für den Austausch, für den Dialog mit jüdischen, christlichen, atheistischen Menschen, die eingeladen werden und dort Dialog haben. Ich muss da jetzt auch ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben zwar bestimmt viel uns schon vorab unterhalten gehabt, aber es hat natürlich auch einen gewissen Background. Also ich bin 75er Baujahr, damals war Mutterschaftsurlaub etwa sechs Monate, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also ich erinnere mich hier nicht daran. Und meine Eltern sind hier als Gastarbeiter gekommen. Sie waren nicht verheiratet, sie haben sich hier kennengelernt. Ich bin auf die Welt gekommen und ein Zimmerwohnung, was macht man? Diese typischen 40 Quadratmeter Deutschland. Sie haben Schicht gearbeitet und es gab keine Zeit für mich. Also man hat eine Pflegemutter gesucht. Und das war gar nicht so unüblich damals. Und ja, ich kam halt nach Reichertshausen, was sozusagen auch meine Heimat irgendwo geworden ist, und bin von meinem neunten Lebensjahr bis zu etwa meinem sechsten Lebensjahr dort groß geworden, bei einer sehr katholischen Frau. Ich meine, ich war in einem gewissen Alter jeden Sonntag zur Kirche und alles, was dazugehört, dass Vaterunser vorm Schlafen gehen. Meine Eltern hatten kein Problem damit, weil meine Eltern haben gesagt, Gottes Haus ist Gottes Haus. Ich war immer nur neidisch, wenn dann alle vorgegangen sind nach der Messe und dann dieses Oblattl in den Mund bekommen. Und ich habe immer gesagt, mein Gott, was ist das? Warum darf ich da nicht vor? Aber das frage ich mich als Protestantin ja auch. Genau, aber das hat mich schon ein wenig, also dieser Glaube an etwas Höherem, den habe ich eigentlich ja durch den christlich, also eher christlich geprägt mitbekommen. Und meine Eltern haben dann mich türkisiert. Mit der Gesellschaft. Und islamisiert. Ja, wobei dieses Islamisierung bei mir schon auch viel mit Identität zu tun hatte. Also ich war dann irgendwann im Kindergarten da unten immer nur der Indianer. Ich habe es nicht verstanden. Man merkt dann so mit der Gesellschaft, du bist doch anders als wir. Dabei habe ich kein Wort türkisch gekonnt. Das muss man dazu sagen. Meine Eltern haben mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden. Aber meine Eltern haben sich viel, viel Mühe gegeben, haben wahnsinnig viel Kraft investiert, um mich dann sozusagen an sich zu binden. Aber die Gesellschaft hat dann auch noch ihr eigenes dazu getan, dass man halt immer wieder auch irgendwo hingestellt wird. Du bist anders. Und dann akzeptierst du das auch irgendwann. Dann bin ich halt anders. Umso besser. Damit lebt es sich einfacher, bevor ich 10.000 Mal erzählen muss, ich bin ja hier geboren. Ich bin ja ausreichend 1.000, etc. Ich finde, das merkt man dir auch an, dass du mittlerweile da überzeugt bist. Und deswegen auch dieses Engagement. Also wir sind gar nicht so anders. Wir sind nicht anders. Das muss man einfach vielleicht mal mehr mit Begegnungen auch den Menschen zeigen. Also wir haben genauso Ängste. Wir haben Existenzängste. Wir weinen. Wir trauern. Wir suchen auch nach Identität in Zeiten, wo immer weniger Werte da sind. Und ich habe das noch relativ stark mitbekommen und möchte das eigentlich einer jüngeren Generation auch mitbekommen. Eine etwas mehr Nachsicht. Nachsicht zu seiner eigenen Gemeinde und Nachsicht auch zu den anderen. Und deswegen mache ich viel mit der jüdischen Gemeinde, viel mit der liberalen jüdischen Gemeinde, eben aber auch mit der Evangelischen Stadtakademie der Jutta, die ihr bestimmt auch alle kennt. Eine großartige Frau. Und eben auch mit anderen Kirchen. Je nachdem, was gerade anfällt. Aber wir machen es nicht um, ja, schau mal die Muslime an, die sind nicht lieb, die machen jetzt eine schöne Dialogrunde. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern es soll ein konstruktives Angebot von Muslimen für alle sein. Es muss uns allen Spaß machen. Das ist ja unsere Stadt, oder? Unsere Hut. Und das ist auch wichtig, da Gesicht zu zeigen und da zu sein. Was ich mich frage, ist tatsächlich, wie ist das mit diesem Dazwischensein? Also das MFI ist ganz klar eben ein Forum, was total dafür steht, für Offenheit, dafür, dass da alle Leute hinkommen können, völlig egal erstmal, woran sie glauben oder ob sie an was glauben. Ihr tretet immer wieder für so Sachen wie Frauenrechte ein. Das sind auch immer wieder Themen, Predigten, Vorträgen. Wie gesagt, ihr habt diesen Dialog und so. Das ist schon, ich würde sagen, sehr liberal und entspricht jetzt vielleicht nicht erstmal dem total konservativen Bild. Wie kommt das bei anderen muslimischen Gemeinden an? Ja gut, ich habe also, wir hatten erst jetzt letzten Samstag eine Veranstaltung, da waren 300 Menschen da und da ist wirklich alles aus den Nieten und Nageln. Also da war ich wirklich überfüllt. Du kennst ja die Räumlichkeiten. Und da kamen dann auch ein paar Leute und haben gesagt, ja, wir sind zum ersten Mal hier. Und die anderen sagen immer, ihr seid ja die Liberalen. Da haben wir gesagt, ja, wir sind eigentlich, wir wollen dieses Labeln nicht. Wir sagen nicht, wir sind das oder jenes. Wir sind eine sunnitische Gemeinde, das ist richtig, aber wir haben auch schiitische Mitglieder. Wir haben, wir sind eine deutsche, wenn wir unbedingt eine Moschee sein sollen oder eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft, ist besser gesagt, dann sind wir eine deutsche muslimische Gesellschaft, eine münchnerische sogar, ja. Sie hat einen münchnerischen Flair, eine münchnerische Färbung und das wirkt sich aus. Natürlich, viele andere Gemeinschaften und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Für die ist es auch nochmal ein Kulturverein, sage ich jetzt mal. Da wird auch noch eine Kultur aufrechterhalten. Aber für Menschen wie mich und meine Kinder muss es eine andere Lösung geben. Und bei etwa, ich sage jetzt mal, 50, 60 Gebetsräumen, die in München existent sind, muss es auch so eine Adresse geben. Und wir sagen nicht zu den anderen, du bist das oder du bist jenes, wollen wir für uns auch nicht den Anspruch nehmen. Wir sagen, wir sind wie ihr, aber schaut mal anders. Wechselt mal die Perspektive. Ja, ich glaube, Raum dafür hast du auf jeden Fall mitgeschaffen dort. Das Motto heißt ja, kritisch denken. Kritisch sich selber beleuchten, kritisch sich selber hinterfragen, aber auch kritisch gegenüber den anderen mal zu sein und auch mal den Spiegel hinhalten. Das kann durch Kunst sein, das kann durch Poetriselam sein, wie wir ja auch schon in der Aktion hatten. Also einander sehen, einander verstehen oder gemeinsam bewegen, gemeinsam erleben. Das ist eigentlich das, was uns bewegt. Und immer ein bisschen auch sich erlauben, mal Fehler zu machen. Dadurch werden wir lernen. Aber Mut haben, auf den anderen zuzugehen. Und das versuchen wir. Und wenn wir mal was falsch machen, mei, dann machen wir es halt nächstes Mal richtig. Was soll's? Ist ja nicht die Welt untergegangen. Ja, schöne Einstellung. Worauf du, glaube ich, stolz sein kannst, weil du da wahrscheinlich dieselben Ziele jetzt weitertragen wirst, ist, dass du gewählt wurdest jetzt ganz frisch. Du bist jetzt Teil des Migrationsbeirats. Ja, also einmal muss ich dazu sagen, ich wollte das eigentlich gar nicht erst. Also ich wollte gar nicht in diesen Migrationsbeirat, weil früher hieß dieser ja Ausländerbeirat. Vielleicht ist das für die meisten doch noch ein Begriff. Ausländerbeirat? Damit belebe ich mich doch selber. Ich bin Ausländer und bewerbe mich für einen Ausländerbeirat. Oder ich bin Migrant und bewerbe mich. Ich fühle mich aber nicht als Migrant. Ich bin in München geboren und so teuer diese Stadt auch sein mag und so manchmal sie auch versnobbt wirken mag, das ist meine Stadt. Meine Hutte. Ich möchte diese Stadt mit nichts anderem messen. Ich kann doch nicht sagen, ich bin jetzt Deutscher. Ich würde immer sagen, ich bin Münchner. Ich meine, das hat schon nochmal einen eigenen Tick. Mir Samir. Aber ich habe mich dann doch entschieden und gesagt, hey, auch die Stimme von Menschen wie mir müsste in diesem Migrationsbeirat gehört werden. Und deswegen sind wir mit einer internationalen Liste, sage ich jetzt mal, interreligiösen und internationalen Liste, in die Wahlen gegangen. Und ich bin einer von denen, die aus unserer Liste gewählt worden sind. Insgesamt sind es 40. Man beschwert sich zwar, dass es eine sehr geringe Wahlbeteiligung war, was aber auch, also ich musste zum Beispiel die Wahlunterlagen für meine Eltern bestellen. Die kennen das nicht. Meine Mutter hat vor vier Jahren zum ersten Mal überhaupt gewählt. Ja, also die kennt das nicht. Die ist mit 19 nach Deutschland gekommen und hat noch nie in ihrem Leben gewählt. Also da ist auch noch viel Überzeugungsarbeit zu machen. Aber es ist ein wichtiges Gremium und davon bin ich überzeugt. Und möchte eigentlich eine größere politische Partizipation schaffen. Also man wird, ich mag dieses Wort Integration nicht, ich ergänze das oft lieber mit zivilgesellschaftliches Einreihen. Das sagt viel mehr aus als Integration, was andere mit Inhalten füllen. Dieses zivilgesellschaftliche Einreihen ist umso besser möglich, wenn man auch politisch sich mit einbringt. Deswegen glaube ich, dass so ein Migrationsbeirat, der eben berät, ganz, ganz wichtig ist. Und da bist du jetzt drin. Da bin ich jetzt drin. Und das finde ich ganz wunderbar und ganz stark. Vielen Dank, Erkan. Vielen Dank, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.